Lauras Comeback steht in den Startlöchern. Während John das erste Mal seit Monaten wieder einen glücklichen Moment erleben darf, werden Jesse dagegen Steine in den Weg gelegt. Wie wird ihr Umfeld reagieren? Achtung! Es folgen Spoiler! Nachdem John und Laura sich endlich wieder in die Arme schließen werden können, wartet auf Jesse bereits die nächste Bewährungsprobe. Zu Beginn ihrer Ausbildung als Pflegefachkraft musste sich Tunas Ex-Freundin erst einmal beweisen, zu schlecht war ihr Ruf nach dem Skandal um ihren Kosmetiklinien-Lounge. Doch mit Fleiß und Leidenschaft hat es Jesse geschafft, auch Lilly und Philipp von sich zu überzeugen. Während ihre Vorgesetzten mehr als zufrieden mit Jesses Arbeitseinsatz sind, passt das vorbildliche Verhalten offenbar nicht allen aus Jesses Team, Patient wird beklaut. Und Jesse muss die Konsequenzen tragen. Alarm im Jeremias Krankenhaus? Ein Patient vermisst seine teure Uhr. Nachdem bereits alles abgesucht wurde, müssen nun die Spinde und Taschen der Mitarbeiter Sternchen innen dran glauben. Alle geben ihr ein Verständnis. Auch Jesse sieht kein Problem darin, dass ihre Sachen durchsucht werden und holt bereitwillig ihre Handtasche hervor. Als sie darin etwas Goldenes blitzen sieht, ist Jesse schockiert und fühlt sich ertappt. Und das, obwohl sie die Uhr nicht geklaut hat. Sofort begreift sie, Dass jemand ihr das Schmuckstück untergejubelt haben muss. Ich weiß, wie das jetzt aussieht. Aber ich hab, keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Gesteht Jesse, als Philipp gerade ihren Spind durchsuchen will, und überreicht ihm die gestohlene Uhr. Weil Jesse zuvor bereits heimlich Hygienartikel für den Obdachlosen Eki entwendet hatte, steht die Auszubildende bei einigen Mitarbeiter Sternchen innen unter Generalverdacht. Nun scheint die Sache klar zu sein. Jesse klaut nicht nur Krankenhausinventar. Sondern bedient sich darüber hinaus auch am Privatbesitz der Patient Sternchen innen. Philipp ist geschockt und bittet seine Mitarbeiterin zum Gespräch. Es sieht nicht gut aus für Jesse, die derweil ahnt, dass ihr Azubi-Kollege dahinter stecken muss. Tatsächlich wird sie vom Dienst suspendiert. Doch immerhin Lilly glaubt an Jesses Unschuld. Nach ihrer Suspendierung muss Jessica das Krankenhaus gedemütigt verlassen. Sie rechnet mit einer Kündigung. Lilly nutzt ihre Antrittsrede als Oberärztin und fordert den wahren Täter auf, sich zu stellen. Wird Lillys Appell Wirkung zeigen oder muss Jesse sich der Heimtücke ihres Kollegen geschlagen geben? Wie es für die ambitionierte Kiezbewohnerin weitergeht, erfahrt ihr demnächst bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL. Näheres könnt ihr außerdem schon jetzt in unserer GZSZ-Vorschau nachlesen. Hat dir dieser Artikel gefallen? Diskutiere mit uns über aktuelle Kinostarts, deine Lieblingsserien und Filme, auf die du sehnlichst wartest, auf Instagram und Facebook. Folge uns auch gerne auf Flipboard und Google News. Vielen Dank. Vielen Dank.